Es hat lange gedauert, aber wir haben es zur Höhle geschafft. Krass. Ich bin jetzt echt gespannt, was uns in der Höhle hier erwartet. Ob es da, weiß ich nicht. Gibt es da vielleicht auch andere Tiere in so Höhlen? Ich nehme mal, glaube ich, meinen Revolver in die Hand. Wenn sie mir schon sagt, es kann Überraschungen geben. Wer weiß, ob hier nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Krokodile oder sowas auf mich warten. Oh, ich bin richtig aufgeregt jetzt.